5. Der große Inquisitor Nun ist es ja auch hier unmöglich, ohne Vorwort auszukommen. Das heißt, ohne ein literarisches Vorwort. Puh, Teufel, sprach lächelnd Ivan. Aber was bin ich schon für ein Schriftsteller? Siehst du, die Handlung geht bei mir im 16. Jahrhundert vor sich. Damals aber, das muss dir übrigens noch von der Schule her bekannt sein, damals war es gerade üblich, in poetischen Schöpfungen himmlische Mächte zur Erde niedersteigen zu lassen. Ich will dabei nicht einmal an Dante erinnern. In Frankreich gaben die das Richteramt ausübenden Klerikern und sogar die Mönche in den Klöstern ganze Vorstellungen, in denen sie die Madonna auf die Szene brachten, die heiligen Engel, Christus und Gott selber. Damals war das alles sehr naiv. In »Unsere liebe Frau von Paris« bei Victor Hugo wird in Paris unter Ludwig XI zur Feier der Geburt des Thronfolgers im Rathaus Saale bei freiem Eintritt dem Volke ein erbauliches Schauspiel gegeben unter dem Titel »Die gerechte Urteilsspruch der sehr heiligen und gnädigen Jungfrau Maria«, in dem auch sie selber persönlich erscheint und ihr gerechtes Urteil fällt. Auch bei uns in Moskau fanden in der Zeit vor Peter dem Großen von Zeit zu Zeit fast ganz eben solche dramatische Vorstellungen statt, besonders aus dem Alten Testament. Aus der dramatischen Vorstellung waren damals aber in der ganzen Welt auch viele Erzählungen und Gedichte im Umlauf, in welchen je nach Bedarf Heilige, Engel und die ganze himmlische Herrscher auftraten. In unseren Klöstern beschäftigte man sich zudem auch noch mit Übersetzen, Abschreiben und sogar Verfassen solcher Gedichte. Ja, und noch zu welcher Zeit? Unter dem Tartarenjoch. Es existiert da zum Beispiel ein klösterliches Gedichtchen, natürlich aus dem Griechischen übersetzt. Wie die Mutter Gottes durch die Städten der Qual wandelte, dessen Bilder von einer Kühnheit sind, die Dante nichts nachgibt. Die Gottesmutter besucht die Hölle. Und es geleitet sie durch die Städten der Qualen der Erzengel Michael. Sie erschaut die Sünder und ihre Qualen. Da ist zum Beispiel eine außerordentlich amüsante Gattung von Sündern in einem brennenden See. Einige von ihnen versinken so tief in diesem See, dass sie schon nicht mehr an die Oberfläche hinaufschwimmen können. Und die vergisst schon Gott. Ein Ausdruck von außerordentlicher Tiefe und Kraft. Und da fällt denn die erschütterte und weinende Gottesmutter vor Gottes Throne nieder. Und er bittet für alle in der Hölle Begnadigung. Für alle, die sie dort erblickt hatte. Ohne jede Ausnahme. Ihr Gespräch mit Gott ist kolossal interessant. Sie fleht, sie lässt nicht ab von ihren Bitten. Und als Gott sie auf die von Nägeln durchbohrten Hände und Füße ihres Sohnes hinweist. Und sie fragt, wie werde ich denn seinen Peinigern verzeihen? Da befahl sie allen Heiligen, allen Märtyrern, allen Engeln und Erzengeln mit ihr vereint niederzufallen und um die Begnadigung aller ohne Unterschied zu bitten. Die Sache endigte damit, dass sie von Gott durch ihre Bitten durchsetzt, dass die Höllenqualen jedes Jahr von Karfreitag an bis zu Pfingsten aussetzen. Die Sünder aus der Hölle danken, denn auch also gleich dem Herrn, und jubeln ihm zu, gerecht bist du Herr, dass du ein solches Urteil fälltest. Nun, siehst du, auch mein Gedichtchen wäre von dieser Art gewesen, wenn es in jener Zeit erschienen wäre. Bei mir tritt auf die Szene er. Er spricht freilich nichts in dem Gedichte. Er erscheint vielmehr nur und geht vorüber. 15 Jahrhunderte sind schon verflossen, seit der Zeit, dass er die Verheißung gab. Er werde kommen in seinem Reiche. 15 Jahrhunderte sind verflossen, seit sein Prophet schrieb, ich werde bald wiederkommen. Den Tag aber und die Stunde weiß sogar nicht einmal der Sohn, nur allein mein himmlischer Vater. Und das verhieß auch er selber noch auf Erden. Die Menschheit erwartet ihn, aber mit demselben Glauben und mit derselben Rührung wie vor dem. Oh, sogar mit noch innigerem Glauben, denn 15 Jahrhunderte sind schon vorübergegangen seit jener Zeit, dass der Himmel aufhörte, den Menschen sichtbare Unterpfande zu geben. Trau dem nur, was dein Herz dir kündet. Nichts offenbart der Himmel mehr. Und einzig und allein der Glaube war geblieben an das, was das Herz verkündet. Freilich gab es damals auch viele Wunde. Es gab Heilige, die wunderbare Heilung vornahmen. Zu einigen Gerechten kam auch, wie es in ihrer Lebensbeschreibung zu lesen ist, sogar die Himmelskönigin selber herabgestiegen. Der Teufel schlummert aber nicht. Und schon erhoben sich in der Menschheit Zweifel an der Wahrhaftigkeit dieser Wunde. Damals war gerade im Norden, in Deutschland, eine furchtbare neue Ketzerei aufgekommen. Ein gewaltiger Stern, vergleichbar einer Leuchte, fiel auf die Quellen und sie wurden bitter. Diese Ketzer begannen Gottes lästerlich die Wunder zu bestreiten. Aber nur um so feuriger glauben die Treugebliebenen. Die Tränen der Menschheit erheben sich zu ihm wie vor dem. Man erwartet ihn, man liebt ihn, man hofft auf ihn, wie auch vor dem. Und wie viele Jahrhunderte hat ja die Menschheit in feurigen Glauben gefläht, Herr Gott, erscheine uns! Wie viele Jahrhunderte hatte sie ihn angerufen, er möchte in seinem unermesslichen Mitleid hinabsteigen zu den Flehenden. Er war hinabgestiegen. Er hatte auch bis zu dieser Zeit noch einige Gerechte, Märtyrer und heilige Einsiedler besucht, während die noch auf Erden weilten, wie es geschrieben steht in ihren Lebensführungen. Bei uns hat Juchef, der selber tief überzeugt war von der Wahrheit seiner Worte, verkündet, Niedergebeugt von des Kreuzes Last hat dich, Mutter Erde, in Knechtsgestalt segnend durchwandert, des Himmelskönig. Und dass es auch tatsächlich so war, das werde ich dir nunmehr erzählen. Und da verlangt es ihn danach, wenn auch nur für ein Augenblicke, dem Volke zu erscheinen, seinem sich quälenden, leidenden, schmählich sündigen, aber ihn kindlich liebenden Volke. Der Vorgang spielt sich bei mir in Sevilla, in der allerfurchtbarsten Zeit der Inquisition, als täglich zum Ruhme Gottes im Lande die Scheiterhofen banden, und in Autodafes voll Glanz und Pracht verbrannte man die bösen Ketzer. Oh, das war natürlich nicht jenes Herabsteigen, in dem er erscheinen wird, nach seinem Verheißen am Ende der Zeiten, in seinem ganzen himmlischen Ruhm, und es plötzlich sein wird wie ein Blitz, der leuchtet vom Osten zum Westen. Nein, es verlangte ihn danach, wenn auch nur auf einen Augenblick, seine Kinder zu besuchen, und eben dort, wo gerade die Scheiterhaufen der Ketzer prasselten. In seinem maßlosen Mitleid kommt er noch einmal zu dem Volke in derselben menschlichen Gestalt, in der er vor 1500 Jahren, 33 Jahre lang unter den Leuten wandelte. Er schreitet hinab zu den heißen Plätzen der südlichen Stadt, in der gerade erst tags zuvor, auf einem herrlichen Autodafes, im Gegenwart des Königs, des Hofs, der Ritter, Kardinäle, und der lieblichsten Damen vom Hofe, in Gegenwart von zahllosen Bewohnern Sevillas, durch den Kardinalgroß-Inquisitor, fast ein ganzes hundert Ketzer auf einmal verbrannt worden war, Ad Maiorem Gloriam Dei. Er kam still daher, unbemerkt. Und seltsam, alle erkennen ihn. Mit unwiderstehlicher Gewalt drängt sich das Volk zu ihm hin, es umgibt ihn, es wächst um ihn herum und folgt seinen Schritten. Schweigend wandelt er unter ihnen mit dem stillen Lächeln unendlichen Mitgefühls. Die Sonne der Liebe brennt in seinem Herzen, Strahlen von Licht und Kraft fließen aus seinen Augen, strömen über die Masse hin und entzünden aller Herzen gegen Liebe. Er streckt die Hände nach ihnen aus, Er segnet sie, und von seiner Berührung, ja vom Saume seines Gewandes, geht heilende Kraft aus. Und siehe, in der Masse ein Greis, blind von Kindheitstagen an, ruft ihm zu, Herr, heile mich, und auch ich werde dich schauen. Da fällt es dem Blinden wie Schuppen von den Augen, und er sieht ihn. Das Volk weint und küsst die Erde, über welche er schreitet. Kinder streuen Blumen vor ihm hin und jauchzen ihm zu. Hosianna, das ist er, das ist er selber. So wiederholen alle. Das muss er sein, das ist niemand anders als er. An der Pforte des Domes bleibt er stehen, gerade in dem Augenblick, als unter Weinen und Klagen ein offener, kleiner, weißer Kindersarg hineingetragen wird. In ihm liegt ein siebenjähriges Mädchen, das einzige Töchterchen eines angesehenen Bürgers. Das tote Kind ist ganz in Blumen gebettet. Er wird dein Kind erwecken, so ruft man aus der Menge der weinenden Mutter zu. Der Geistliche, der dem Sarg entgegenschreitet, bleibt stehen und blickt ratlos umher. Da wirft sich die Mutter des toten Kindes schluchzend ihm zu Füßen. Wenn du es bist, so erwecke mein Kind, so ruft sie aus, und er hebt bittend die Hände zu ihm. Der Zug hält an, der Sarg wird in der Vorhalle niedergestellt, zu seinen Füßen. Er schaut in Mitleid auf das Kind, und seine Lippen sprechen zweimal leise, Talitha Kumi, stehe auf, meine Tochter. Das Mädchen erhebt sich im Sarge, es setzt sich aufrecht und blickt lächelnd umher aus weit geöffneten, erstaunten Äuglein. In seinen Händen hält es den Strauß weißer Rosen, mit dem es im Sarge lag. Und das Volk steht bestürzt und schreit und schluchzt, und da gerade in diesem Augenblick schreitet über den Platz an der Kathedrale vorüber der Kardinal-Groß-Inquisitor. Ein fast neunzigjähriger Kreis, groß und aufrecht, mit vertrocknetem Gesicht und tiefliegenden Augen, draus immer noch Funken sprühen. Nicht im prächtigen Kardinalsgewand kommt er gegangen, wie gestern, da man die Feinde des römischen Glaubens verbrannte, vor allem Volke. Nein, heute umhüllt ihn nur seine grobe Mönchskutte. Ihm folgen in einiger Entfernung seine finsteren Gehilfen, seine Diener und die heilige Hermann Datt. Er bleibt vor der Masse stehen und beobachtet von Ferne. Er sah alles, sah, wie man den Sarg ihm zu Füßen stellte, sah, wie das Mäglein erwachte, und sein Gesicht verfinsterte sich. Er verzieht die buschigen Augen. Unheilvoll leuchtet sein Blick. Er streckt den Finger aus und gebietet der Wache, ihn festzunehmen. Und so groß ist seine Macht, so unterwürfig und angstvoll gehorsam das Volk, dass die Menge unverzüglich auseinanderweicht vor den Heschern. Und die legen unter plötzlicher Grabesstille Hand an ihn und führen ihn ab. Und also gleich beugt sich die Menge wie ein Mann mit dem Haupte zur Erde, vor dem greisen Inquisitor. Der segnet schweigend das Volk und geht vorüber. Die Wache führt den Gefangenen in ein engendes, finsteres, Gefängnisgewölbe im alten Bau des heiligen Gerichtes und schließt ihn dort ein. Der Tag verrinnt. Die finstere, heiße, leblose Nacht von Sevilla bricht herein. Nach Lorbeer und Zitrone duftet es ringsum her. Da, im tiefen Dunkel, öffnet sich plötzlich die Eisenpforte des Kerkers und mit einem Lichte in der Hand tritt langsam der greise große Inquisitor hinein. Er ist allein. Die Tür fällt hinter ihm ins Schloss. An der Schwelle bleibt er stehen und blickt lange. Eine Minute oder zwei. Ihm ins Gesicht. Endlich tritt er leise hinzu, stellt die Kerze auf den Tisch und spricht zu ihm. Das bist du? Du? Und da er keine Antwort erhält, so fügt er rasch hinzu, antworte nicht, schweige. Ja, und was könntest du auch antworten? Ich weiß nur zu gut, was du sagen wirst. Auch hast du gar kein Recht, irgendetwas dem zuzufügen, was du damals sagtest. Weshalb bist du denn gekommen, uns zu stören? Denn du bist gekommen, uns zu stören. Das weißt du selber. Aber weißt du auch, was morgen sein wird? Ich weiß nicht, wer du bist und will das gar nicht wissen, ob du es aber selber bist oder nur ein Doppelgänger von ihm. Morgen werde ich dich verurteilen und ich werde dich auf dem Scheiterhaufen verbrennen wie den Schlimmsten aller Ketze. Und dasselbe Volk, das heute dir die Füße küsste, wird morgen auf einen Wink von mir herbeistürzen und Kohlen zusammenscharren für deinen Scheiterhaufen. Weißt du das? Ja, du weißt das vielleicht. Fügte er hinzu in tiefem Nachdenken und verwandt den Blick auf seinen Gefangenen gerichtet. Ich verstehe nicht ganz, was bedeutet das? Sprach Aljesha, der die ganze Zeit überschweigend zugehört hatte, und er lächelte. Ist das nichts weiter als ein uferloses Fantasieren des Kreises? Oder irgendein Irrtum seinerseits? Irgendeine unmögliche Verwechslung? Nimm meinetwegen das Letztere an. Und auch Ivan lächelte. Wenn dich der moderne Realismus schon derart verwöhnt hat und du durchaus nichts Fantastisches mehr ertragen kannst, willst du, dass eine Verwechslung vorliege, so möge es denn auch so sein. Eines ist dir richtig. Und er lächelte wiederum. Der Kreis ist neunzig Jahre alt und er hätte längst verrückt werden können über seine Idee. Der Gefangene hätte ihn auch durch sein Äußeres verwirren können. Das könnten endlich einfach irre Reden sein, die dem Tode vorausgehenden Visionen eines neunzigjährigen Kreises, der dazu noch erregt ist von dem gestrigen Autodaffee, wo hundert Ketzer verbrannt worden waren. Ist es denn aber nicht einerlei für uns beide, ob Verwechslung vorliegt oder uferloses Fantasieren? Die Sache liegt doch nur darin, dass der Kreis sich aussprechen muss, dass er sich endlich einmal für alle seine neunzig Jahre ausspricht und laut das bekennt, wovon er alle diese neunzig Jahre über geschwiegen hatte. Aber auch der Gefangene schweigt. Er blickt auf ihn und spricht kein einziges Wort. Ja, so muss es auch sein, sogar in solchen Fällen. Und Ivan lächelte wiederum. Der Kreis selber sagt ihm ja, dass er auch gar kein Recht habe, irgendetwas dem zuzufügen, was er schon vorher verkündet habe. Wenn du so willst, so liegt darin auch gerade der hauptsächlichste Grundzug des römischen Katholizismus. Wenigstens meiner Meinung nach. Alles, so soll das heißen, ist von dir, dem Papst, übergeben worden. Und alles ist demnach jetzt beim Papste. Du aber komme überhaupt nicht mehr. Störe wenigstens nicht vor der Zeit. In diesem Sinne sprechen sie nicht nur, sie schreiben auch so. Wenigstens die Jesuiten. Ich habe das selber bei ihren Theologen gelesen. Hast du überhaupt ein Recht dazu, uns auch nur eines der Geheimnisse zu enthüllen von jeder Welt, von wo du gekommen bist? Fragt ihn der Kreis weiter und antwortet an seiner Stadt. Nein, du hast kein Recht dazu. Du darfst nichts hinzufügen dem, was du schon früher gesagt hast. Du würdest sonst den Menschen die Freiheit rauben, für die du so eintratest damals, als du noch auf der Erde wandeltest. Alles, was du neu verkündigen würdest, müsste ja wie ein Wunder erscheinen und wäre darum ein Attentat auf die Glaubensfreiheit der Menschen. Die aber war dir teurer als alles andere. Schon damals, vor eineinhalbtausend Jahren. Hast du nicht damals oft gesprochen, ich will euch frei machen? Aber jetzt hast du diese freien Menschen gesehen, spricht der Kreis nachdenklich lächelnd und fährt dann fort mit einem strengen Blick auf ihn. Ja, das ist uns teuer zu stehen gekommen. Wir haben es aber dennoch zu Ende geführt und in deinem Namen. Fünfzehn Jahrhunderte quälten wir uns mit dieser deiner Freiheit. Jetzt aber ist es aus damit, aus für immer. Du glaubst das nicht? Du blickst freundlich auf mich und würdigst mich nicht einmal deines Unwillens? So wisse denn, jetzt und eben jetzt sind diese Menschen mehr als je davon überzeugt, dass sie völlige Freiheit genießen. Und dabei haben sie uns selber ihre Freiheit ergeben zu Füßen gelegt. Und das haben wir fertiggebracht. Oder hast du etwa solche Freiheit gewünscht? Ich verstehe wiederum nicht, unterbrach ihn Al-Jesha. Er ironisiert wohl. Er spottet. Nicht im geringsten. Er rechnet sich und den Seinigen vielmehr den Verdienst an, dass sie endlich einmal die Freiheit überwanden und dass sie es darum taten, um die Menschen glücklich zu machen. Denn erst jetzt war es zum ersten Male möglich, an das Glück der Menschen zu denken. Der Mensch ward ja geschaffen zu einem Aufrührer. Können aber Aufrührer glücklich sein? Man hat sich gewarnt, spricht er zu ihm. Es hat dir nicht gefehlt an Warnungen und Hinweisen. Du aber hast nicht auf die Warnungen hören wollen. Du hast den einzigen Weg verschmäht, auf dem es möglich war, das Glück der Menschen zu gründen. Zum Glück hast du aber, als du weggingst, die Sache uns übergeben. Du hast es ja versprochen. Du hast es mit deinem Wort bekräftigt. Du gabst uns das Recht zu binden und zu lösen und du kannst schon jetzt natürlich gar nicht mehr daran denken. uns jetzt dieses Recht wieder zu nehmen. Wozu bist du dann aber gekommen, uns zu stören? Was heißt aber das? Es hat er nicht gefehlt an Warnungen und Hinweisen, fragte Al-Jesha. Gerade darin besteht ja aber auch die Hauptsache, die der Greis zu erklären nötig hat. Der furchtbare und kluge Geist, der Geist der Selbstvernichtung und des Nichtseins, fährt der Greis fort. Der große Geist sprach zu dir in der Wüste und es ward uns in der Schrift überliefert, dass er dich versucht habe. Ist dem so? Wäre es aber überhaupt möglich, etwas zu sagen, was der Wahrheit näher käme als das, was er dir damals kundgab in den drei Fragen und was du von dir wiesest und was in der Schrift Versuchung genannt wird? Und doch, wenn irgendwann auf Erden ein wahrhaftiges, ein donnerndes Wunder geschah, so an jenem Tage, an dem Tage der Versuchung. Und eben diese drei Fragen, die waren das Wunder. Könnte man sich beispielsweise einmal vorstellen, diese drei Fragen des furchtbaren Geistes, seien spurlos verloren gegangen aus der Schrift. Und man müsse sie von Neuem ausdenken, um sie wiederum dort einzufügen. Und man habe dazu alle irdischen Weisen versammelt, alle Regierenden, Geistlichen, Gelehrten, Philosophen und Dichter und man habe ihnen die Aufgabe gestellt. Denkt euch drei Fragen aus, die nicht nur den Vorgängen der Schrift entsprechen, sondern zudem auch noch in drei Worten, in drei armseligen Menschensätzen, die ganze Welt und Menschheitsgeschichte voraussagen. Glaubst du wohl, alle Weisheit der Erde vermöchte irgendetwas auszudenken, das gleich wäre an Kraft und Tiefe, diesen drei Fragen, die dir damals vorgelegt wurden, von dem mächtigen und klugen Geiste in der Wüste? Schon allein an diesen drei Fragen begreift man, dass kein vergänglicher Menschenverstand sie an dich richtete, vielmehr nur der ewige und absolute Geist. Denn in diesen drei Fragen offenbaren sich alle unlöslichen Widersprüche der menschlichen Natur auf der ganzen Erde. Das konnte damals noch nicht offenbar sein, die Zukunft ist uns hier verschlossen. Heute, aber nach 1500 Jahren, erkennen wir, dass alles Kommende in diesen drei Fragen derart erraten und vorausgesagt ist, dass es unnötig ist, ihnen irgendetwas hinzuzufügen. Entscheide nun selber, wer hatte damals Recht, du oder er, der dich fragte. Entsinne dich der ersten Frage. Der Sinn ist etwa folgender. Du willst in die Welt gehen und kommst mit leeren Händen, mit dem unbestimmten Versprechen einer Freiheit, welche die Menschen in ihrer Einfalt und in ihrer angeborenen Niedertracht gar nicht verstehen können und vor der sie Furcht und Grauen hegen. Denn nichts ist jemals der Menschheit, dem einzelnen Menschen und der menschlichen Gesellschaft unerträglicher gewesen als die Freiheit. Aber siehst du die Steine dort in dieser nackten, glühenden Wüste? Verwandle sie in Brot und hinter dir wird die Menschheit herlaufen, wie eine Herde, dankbar und folgsam, wenn auch in ewigem Zittern. Du möchtest deine Hand von ihnen ziehen und es gäbe dann keine Brote mehr für sie. Du aber wolltest nicht den Menschen die Freiheit rauben und wiesest den Vorschlag von dir. Denn was ist das für eine Freiheit? so wähntest du, wo Gehorsam erkauft ist durch Brote. Du entgegnetest damals, nicht vom Brote allein lebe der Mensch. Aber wusstest du denn, dass im Namen dieses selben irdischen Brotes der Geist der Erde sich einst empören werde gegen dich und dich im Kampfe besiegen wird? Und dann werden alle ihm anhangen und werden rufen, wärst gleich diesem Ungeheuer, er gab uns das Feuer vom Himmel. Weißt du denn, dass Jahrhunderte vergehen werden und die Menschheit wird durch die Lippen ihrer Weisen und ihrer Wissenden verkünden? Es gäbe überhaupt gar kein Verbrechen und somit auch keine Sünde, sondern nur Hunger? Sättige die Masse und dann erst verlange Tugend von dir. So wird man auf das Banner schreiben, das erhoben wird gegen dich. Und dann wird dein Tempel zusammenbrechen. An seiner Stadt wird sich aber ein neuer Bau erheben, ein zweiter furchtbarer Turm von Babylon. Und wenn auch er nie fertig werden wird, wie der erste, so hättest du doch diesen zweiten Turmbau vermeiden und der Menschheit Leiden um tausend Jahre abkürzen können. Denn zu uns werden sie ja zurückkehren, wenn sie sich tausend Jahre lang mit ihren Turmen abgequält haben. Nach uns werden sie suchen unter der Erde in den Katakomben, wo wir uns verborgen halten. Denn wiederum werden wir verfolgt und gemartert sein. Und sie werden uns finden und werden schreien zu uns. Sättige dir uns, die uns das Feuer vom Himmel versprachen, die haben es uns nicht gebracht. Und dann werden schon wir ihren Turm zu Ende bauen, denn der wird für sie bauen, der ihren Hunger stillt. Und nur wir werden ihren Hunger stillen in deinem Namen. Und wir werden lügen, dass es in deinem Namen geschieht. Und niemals, niemals werden sie satt sein ohne uns. Keine Wissenschaft wird ihnen jemals Brot geben, solange sie Freiheit genießen. Sie werden aber schließlich selber ihre Freiheit uns zu Füßen legen und zu uns sprechen, knechtet uns nur, aber gebt uns zu essen. Und dann haben sie endlich begriffen, dass Freiheit für alle und reichliches Brot für jeden einzelnen unvereinbare Dinge sind. Denn niemals, niemals werden sie verstehen, untereinander zu teilen. Und darum werden sie schließlich einsehen müssen, dass sie niemals frei sein können, weil sie schwach, lasterhaft, nichtig und aufruhrerisch sind. Du versprachst ihnen himmlisches Brot, aber ich wiederhole, kann himmlisches Brot sich messen mit irdischem Brote, den Augen des erbärmlichen, ewig lasterhaften und undankbaren Menschengeschlechts. Und wenn die wirklich auch tausende und zehntausende anhangen werden, im Namen des himmlischen Brotes, was wird aus den Millionen und zehntausend Millionen geschöpfen, die nicht die Kraft in sich fühlen, das irdische Brot von sich zu weisen, um des himmlischen Willen. Sind die etwa nur die zehntausende, großer und starker, teurer? Und die übrigen Millionen, zahlreich wie der Sand am Meer, derer, die schwach sind, aber dich dennoch lieben, sollen sie nur zum Opfer dienen für die Großen und Starken? Nein, uns sind auch die Schwachen teuer. Wohl sind sie lasterhaft und aufruhrerisch, aber schließlich werden sie sich dennoch uns fügen. Anstauen werden sie uns und uns für Götter halten, weil wir bereit sind, die Freiheit zu ertragen, vor der es ihnen graut und über sie zu herrschen, so furchtbar muss es ihnen schließlich erscheinen, frei zu sein. Und wir werden ihnen sagen, dass sie dir gehorchen und werden in deinem Namen herrschen über sie und werden sie so zum zweiten Mal betrügen. Dich werden wir schon nicht mehr zu uns lassen. In diesem Betruge wird aber auch unser Leiden beschlossen sein, denn wir werden gezwungen sein, zu lügen. Siehe, das bedeutete jene erste Frage in der Wüste und das hast du von dir gewiesen im Namen der Freiheit, die du höher stelltest als alles andere. Und doch war in dieser Frage das große Geheimnis der Welt verborgen. Hättest du die Brote angenommen, so wärst du damit auch der einen und ewigen Sorge der Menschheit entgegengekommen, und diese Sorge heißt, vor wem soll ich mich beugen? Nichts quält ja den Menschen ohne Unterlass mehr, als in voller Freiheit sich möglichst rasch darüber zu entscheiden, vor wem er sich beugen soll. Er will sich aber bloß beugen vor dem, was so zweifellos Ehrerbietung erfordert, dass alle Menschen sich vor ihm beugen müssen. Darum quält sich dieses elende Geschöpf vom Beginn der Jahrhunderte an. Der gemeinsamen Anbetung wegen vernichteten die Menschen einander mit dem Schwerte, erschufen sie sich Götter und riefen sie einander zu, Verlasset eure Götter und kommt herbei, die Unsrigen anzubeten, oder tot euch und euren Göttern. Und so wird es sein bis an der Weltende, und dann noch, wenn aus der Welt die Götter verschwunden sind. Vor Idolen werden sie dann in den Staub sinken. Du wusstest das, du konntest es nicht nicht wissen, dieses Grundgeheimnis der menschlichen Natur. Du aber verschmähtest das einzige Banner, das ich dir bot, um alle zu zwingen, sich ohne Widerrede vor dir zu beugen. Das Banner des Erdenbrotes hast du von dir gewiesen, im Namen der Freiheit und des himmlischen Brotes. Und was tatest du weiter? Und alles wiederum im Namen der Freiheit. Ich sage dir, der Mensch kennt keine qualvollere Sorge als die, möglichst rasch ausfindig zu machen, wem er jene Gabe der Freiheit zu Füßen legen könne, mit welcher dies unselige Geschöpf geboren wird. Die Freiheit der Menschen beherrscht aber bloß, wer Gewissen beruhigt. Mit der Brote war dir ein Mittel gegeben. Gebrot und der Mensch liegt vor dir auf den Knien, denn nichts ist zweifelloser als Brot. Wenn aber zur selben Stunde sich ein anderer des Menschengewissens bemächtigt, oh, dann wirft der Mensch auch dein Brot von sich und folg dem nach, der sein Gewissen verführt. Hierin warst du um Recht. Das Geheimnis des Menschenseins besteht nicht darin, dass der Mensch leben will. Er will wissen, wofür er leben soll. Ohne eine feste Vorstellung hiervon verschmäht er es, am Leben zu bleiben und tötet sich selber, mögen auch ringsherum deine Brote liegen. Das ist nun einmal so. Was aber tatest du? Du mehrtest noch der Menschenfreiheit, statt sie einfach an dich zu nehmen. Vergaßest du denn, dass der Mensch Ohnmacht ja den Tod vorzieht der freien Wahlen der Erkenntnis von Gut und Böse? Nichts ist verführerischer für den Menschen als Gewissensfreiheit. Nichts ist aber auch qualvoller für ihn. Und du, statt ein für allemal der Menschengewissen zu beruhigen, wiesest du ihn alles, was es Ungewöhnliches, Rätselhaftes und Unbestimmtes gibt. Alles, was über Menschenkraft hinausgeht. Und damit verfuhrest du so, als ob du die Menschen überhaupt nicht liebtest. Und doch warst du gekommen, dein Leben hinzugeben für sie. Auf Jahrhunderte hinaus hast du das Menschenseele belastet mit den Qualen deiner Freiheit. Die freie Liebe des Menschen begehrst du. Frei soll er dir folgen. Wo bisher das All alte Gesetz herrschte, da soll hinfort der Mensch mit freiem Herzen selber entscheiden, was gut und was böse ist. Und als alleine Gerichtsschnur soll er dein Abbild im Herzen tragen. Hast du aber wirklich nicht bedacht, dass der Mensch schließlich auch dein Abbild und dein Recht verleugnen und von sich werfen wird, wenn man ihm eine so furchtbare Last aufbürdet wie die freie Wahl? War es überhaupt möglich, die Menschen in größerer Verwirrung und in größerer Qual zurückzulassen, als du es tatest? Da hast du ihm so viele Sorgen und unlösliche Aufgaben hinterlassen. So hast du denn selber den Grund gelegt zum Zusammenbruch deines Reiches. Niemanden sonst darfst du beschuldigen. Und doch ist dir das damals angetragen worden. Es gibt drei Kräfte, nur drei Kräfte auf Erden, die imstande sind, das Gewissen dieser schwächlichen Aufrührer auf ewig zu beherrschen zu ihrem Glücke. Diese Kräfte sind das Wunder, das Geheimnis und die Autorität. Du hast sie alle drei verschmäht, als der furchtbare und kluge Geist dich auf die Höhe des Tempels führte und zu dir sprach, wenn du wissen willst, ob du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben von dem, dass die Engel ihn tragen werden, auf das er weder falle noch sich stoße. Dann wirst du erkennen, ob du Gottes Sohn bist und zeigen wirst du, wie du deinem Vater vertraust. Du hörtest den Versucher ruhig zu Ende und wiesest seinen Vorschlag von dir. Du gabst nicht nach und warfst dich nicht hinunter. Oh, natürlich! Das war gehandelt herrlich und stolz, wie seinem Gott geziemt. Aber die Menschen, diese erbärmliche Aufruhrerbande, sind die etwa Götter? Oh, du verstandest damals gleich, hättest du auch nur einen Schritt getan. Hättest du dir auch nur den Anschein gegeben, als wolltest du dich hinunterstürzen. So hättest du Gott versucht und allen Glauben an ihn verloren und hättest dich zu Tode gefallen auf der Erde, die du gekommen warst zu erretten und triumphiert hätte der kluge Geist, der dich versuchte. Aber ich wiederhole, gibt es viele solcher, wie du es bist? Konntest du wirklich auch nur eine Minute lang glauben, solche Versuchungen gehen nicht über die Kräfte des Menschen hinaus? Ist es Mensch Natur wirklich so geschaffen, dass er des Wunders entraten kann, dass er in den qualvollsten, furchtbarsten Minuten seines Lebens, wenn die Seele Antwort verlangt auf ihre letzten Fragen, dass er dann allein zu bleiben vermag, mit der freien Entscheidung seines Herzens? O, du wusstest, deine Tat werde in der Schrift erhalten bleiben und die Tiefen der Zeiten und die letzte Grenze der Erde erreichen und du hofftest, der Mensch werde, wenn er nur die Erfolge auch mit Gott bleiben und des Wunders nicht bedürfen. Es entging dir aber, dass wenn der Mensch auch nur ein klein wenig irre wird am Wunder, er dann also gleich auch Gott verneint, denn nicht so sehr Gott als das Wunder sucht der Mensch. Da der Mensch nun nicht die Kraft besitzt, ohne Wunder zu leben, so wird er sich seine Wunder selber schaffen und sich beugen vor Hexenzauber und Altweiberspuk, mag er gleich hundertmal ein Aufrührer, ein Ketzer und ein Gottesleugner sein. Du aber bist nicht vom Kreuz herabgestiegen, als sie über dich lachten und dich verspotteten und als sie dir zuschrien, steige herab vom Kreuz und wir werden glauben, dass du es bist. Du bist nicht herabgestiegen, weil du wiederum die Menschen nicht knechten wolltest durch das Wunder, weil dich dürstete nach ihrem freien Glauben, nicht nach ihrem Wunder Glauben. Nach der Liebe Freier verlangtest du, nicht nach dem sklavischen Entzücken von Unfreien über eine Machtfülle, vor der sie sich in furchtsamer Scheu beugen. Aber auch da hast du zu hoch von den Menschen gedacht, denn natürlich sind sie Sklaven, wenn auch zu Aufrührern Geschaffene. Schau um dich und Urteile. Jetzt sind 1500 Jahre vergangen, gehe hin und blicke auf sie. Wen hast du bis zu dir emporgehoben? Ich schwöre es, der Mensch ist schwächer und niedriger geboren, als du von ihm glaubtest. Kann er wirklich das vollführen, was du vollbrachtest? Da du ihn aber so überschätztest, hast du so gehandelt, als ob du überhaupt aufgehört habest, mit ihm Mitleid zu empfinden. Zu viel verlangtest du ja von ihm, du, der ihn so mehr liebte, als ich selber. Hättest du ihn weniger geachtet, so hättest du weniger von ihm gefordert. Und das wäre der Liebe näher gewesen, denn leichter wäre dann das Menschen Bürde. Er ist ja nun einmal schwach und niederträchtig. Was liegt daran, dass er sich jetzt überall empört gegen unsere Macht? Und stolz darauf ist, dass er sich empört? Es ist der Stolz eines Knaben, eines Schulbuben. Kleine Kinder sind es, die in der Schule Aufruhr stifteten und den Lehrer verjagten. Aber auch Kinderlust hat schließlich ein Ende und kommt den Kindern teuer zu stehen. Sie werden unseren Tempel niederreißen und die Erde mit Blut beflecken. Aber schließlich werden die dummen Buben einsehen, dass, wenn sie gleich Aufrührer sind, so doch nur schwache Aufrührer, nicht gewachsen dem Aufruhr, den sie selber anzettelten. Zerfließend in dummen Tränen bekennen sie dann endlich, dass der, die sie zu Aufrührern schuf, sie unstreitig verhöhnen wollte. Sie werden das in Verzweiflung sagen, und ihr Wort wird Gotteslästerung sein und sie doch unglücklicher machen. Das Menschen Natur erträgt ja nun einmal keine Gotteslästerung und straft sich letzten Endes immer selber für sie. So ist denn jetzt Unruhe, Wehrenes und Unglück der Menschen Teil, nachdem du einst so viel gelitten hast für ihre Freiheit. Dein großer Prophet sagt in seinen Gesichtern und Bildern, er habe alle Teilnehmer der ersten Auferstehung gesehen, und es sei in ihrer von jeder Generation bis zu zwölftausend gewesen. Wenn es ihre auch wirklich so viele waren, so waren das eben nicht Menschen, sondern Götter. Sie haben dein Kreuz auf sich genommen, sie haben jahrzehntelang hungrig und nackt in der Wüste gelebt, von Heuschrecken und Wurzeln sich nährend. Wohl kannst du mit Stolz hinweisen auf diese Kinder der Freiheit und der freien Liebe, auf das freie und herrliche Opfer, das sie brachten in deinem Namen. Aber bedenke, es waren ihre alles in allem genommen, nur einige tausend und dazu noch Übermenschen. Aber die übrigen, was haben sie, die Schwachen, denn verbrochen, dass sie nicht das ertragen konnten, was die Starken ertrugen? Ist die schwachen Seele Schuld daran, wenn es ihr in Kraft gebricht, so schreckliche Güter zu erringen? Ja, sollte es wirklich so sein. Bist du gekommen nur zu den Auserwählten und nur für sie? Ist dem so, dann waltet hier ein Geheimnis und wir können es nicht verstehen. Wenn aber ein Geheimnis waltet, so waren auch wir im Recht, ein Geheimnis zu verkündigen und die Menschen zu lehren, dass es nicht ankommt auf die freie Entscheidung ihres Herzens und nicht auf die Liebe, sondern auf das Geheimnis, dem sie sich blindlings unterwerfen sollen. Sei es auch gegen ihr Gewissen. Und so haben wir auch verkündigt. Wir haben deine Tat den Menschen angepasst und sie begründet auf dem Wunder, dem Geheimnis und der Autorität. Und die Menschen waren froh, dass man sie wiederum wie eine Herde führte und dass endlich von ihren Herzen eine so schreckliche Gefahr genommen war, die ihnen unendlich vielen Kummer bereitet hatte. Sprich, waren wir im Rechte, als wir so lehrten und handelten? Haben wir etwa die Menschen nicht geliebt, als wir so gütig ihre Schwäche erkannten, ihre Bürde mit Liebe erleichterten und selbst ihrer schwachen Natur uns zu stören. Was blickst du schweigend und durchdringend auf mich aus deinen milden Augen? Zürne doch, ich begehre deiner Liebe nicht, ich liebe dich auch nicht. Soll ich etwa vor dir verstecken spielen? Weiß ich denn nicht, zu wem ich rede, was ich dir zu sagen habe, ist dir längst bekannt. Ich lese das in deinen Augen. Aber verberge ich denn unser Geheimnis vor dir? Vielleicht möchtest du es gerade von meinen Lippen hören? So höre denn, wir sind nicht mehr mit dir, sondern mit ihm. Da hast du unser Geheimnis. Wir sind schon längst nicht mehr mit dir, sondern mit ihm. 800 Jahre. So lange es her, dass wir von ihm das nahmen, was du einst mit Entrüstung von dir wiesest, eben die letzte Gabe, die er dir anbot, nachdem er dir alle Reiche der Welt gezeigt hatte. Wir nahmen von ihm Rom und das Schwert des Cäsar, und wir erklärten uns für die Herren der Welt, für ihre einzigen Herren, wenn es uns auch bis jetzt noch nicht gelang, unsere Sache zu vollem Triumph zu führen, aber wer ist schuld daran? Ja, unser Werk hat erst begonnen, aber es doch einstmals werden wir zum Siege gelangen, und wir werden Cäsar sein, und dann werden wir auch schon auf das ganze Glück der Menschen bedacht sein, auf der ganzen Erde, du aber hättest bereits damals das Schwert Cäsars ergreifen können, warum hast du es nicht getan? Hättest du den letzten Rat des mächtigen Geistes befolgt, so wäre doch alles erfüllt worden, was der Mensch sein Gewissen anzuvertrauen hat, und wie endlich alle Menschen sich zu vereinigen vermöchten zu einem großen einträchtigen Ameisenhaufen, denn das Bedürfnis nach Vereinigung aller Menschen ist die dritte und letzte qualvolle Elementarsorge des Menschen, immer noch hat die Menschheit danach getrachtet, einen Bund zu schließen über die ganze Erde hin, viele große Völker sind gewesen, mit großer Geschichte, aber umso höher diese Völker standen, umso unglücklicher waren sie, denn stärker als die übrigen empfanden sie das Bedürfnis nach Zusammenschluss aller Menschen. Die großen Eroberer Timur und Genghis Khan fuhren wie ein Sturmwind über die Erde hin und gedachten das Weltall zu erobern, aber auch sie wurden, wenn auch unbewusst getrieben von dem großen Bedürfnis nach Vereinigung aller Menschen. Wer das Weltall erobert und den Purpur Cäsars anlegte, der würde Ruhe bringen über die ganze Menschheit. Wer anders soll aber Herr sein über die Menschen, wenn nicht der, der ihr Gewissen beherrscht und in dessen Händen ihr Brot liegt. Darum haben wir nach dem Schwerte Cäsars gegriffen und da wir es erfassten, schwuren wir dich ab und folgten ihm. Oh, es werden noch Jahrhunderte vorüber gehen, im Frevel des freien Verstandes ihrer Wissenschaft und ihrer Menschenfresserei. Denn sie, die ihren babylonischen Turm ohne uns aufzuführen begannen, werden zweifellos endigen in Menschenfresserei. Einst aber wird das Tier zu uns herangekrochen kommen und wird unsere Füße lecken und wird sie benetzen mit seinen blutigen Tränen. Und wir werden uns dem Tiere auf den Rücken setzen und wir werden einen Kelch erheben und auf dem wird geschrieben stehen Geheimnis. Und dann erst bricht für die Menschen das Reich des Friedens und des Glückes an. Du bist stolz auf deine Auserwählten, aber du hast nur Auserwählte, wir hingegen bringen Frieden allen. Und dann, wie viele von diesen Auserwählten, von den Mächtigen, die hätten Auserwählte werden können, sind endlich müde geworden, dich zu erwarten und haben von dir abgewandt die Kräfte ihres Geistes und das Feuer ihres Herzens. Und diese werden einst ihr freies Banner entfalten gegen dich. Du selber hast dir dieses Banner entrollt. Bei uns aber werden alle glücklich sein und sie werden weiter weder Aufruhr treiben noch andere vernichten, wie es aller Orten geschah, solange deine Freiheit herrschte. Oh, wir werden sie schon zu überzeugen wissen, dass sie erst dann frei sein werden, wenn sie ihrer Freiheit entsagen unsert wegen und sich uns unterwerfen. Sprich, werden wir Recht haben oder werden wir lügen? Die Menschen müssen ja schließlich begreifen, dass wir Recht haben, denn sie werden nicht vergessen, dass deine Freiheit, der freie Wille und die Wissenschaft sie zu solchen Gräuelen der Sklaverei und der Virnes hin führten und sie vor solche Wunde und unlösliche Geheimnisse hinstellten, dass die einen von ihnen trotzig und wild von Natur sich selber entbleibten, die anderen unbotmäßig aber schwach einander vernichteten. Die Dritten aber, die schwache und unglücklich übrig bleiben, die werden sich zu unseren Füßen winden und zu uns emporwinseln. Ja, ihr zu euch kehren wir zurück. Rettet uns vor uns selber und wenn sie dann von uns ihr Brot entgegen nehmen werden, so wissen sie natürlich ganz genau, dass wir ihnen die Brote austeilen, die sie mit eigenen Händen geschaffen haben und die wir ihnen abnahmen und dass wir keinerlei Wunder verrichteten und keineswegs Steine in Brot verwandelten. Aber in Wahrheit werden sie mehr als über das Brot darüber froh sein, dass sie es aus unseren Händen empfangen. Denn allzu wohl werden sie sich erinnern, dass vorher ihr Brot in ihren eigenen Händen zu Stein geworden war. So werden endlich die Menschen zu schätzen wissen, was es heißt, ein für allemal sich zu fügen und bevor sie das nicht begriffen haben, werden sie unglücklich sein. Wer aber war mehr als alle anderen daran schuld, dass sie das nicht begriffen? Wer hat die Herde geschlagen und sie zerstreut auf unbekannten Pfaden? Aber die Herde wird sich aufs Neue vereinigen und aufs Neue wird sie sich leiten lassen und diesmal schon für immer und dann werden wir den Menschen ein stilles bescheidenes Glück bereiten das Glück schwacher Geschöpfe wie sie es nun einmal sind oh wir werden sie schon überreden endlich einmal abzulassen von ihrem stolze denn du hast ihr stolz gemacht der du sie zu hoch erhobst wir werden ihnen beweisen dass Schwäche ihr Teil ist dass sie nur elende Kinder sind dass aber der Kinder Glück süßer ist als jedes andere und sie werden bescheiden werden und werden hinauf blicken zu uns an die Henne sie werden uns anstauen und heilige Scheu hegen vor uns und sie werden stolz darauf sein dass wir mächtig und klug genug waren eine so wilde hundert Millionen Horde zu bändigen sie werden in Schwäche erzittern vor unserem Zorne ihr Geist wird verzagen vor uns und ihre Augen werden voller Tränen sein wie bei Kindern und Frauen aber ebenso leicht werden sie auf einen Wink von uns übergehen zur Heiterkeit und zu lachen zu lichter Freude und zu glücklichen Kinderliedchen wohl werden wir sie zur Arbeit zwingen aber in arbeitsfreien Stunden werden wir mit ihnen das Leben zu einem einzigen Kinderspiel gestalten mit Kinderliedern Chorgesang und unschuldigen Tänzen oh wir werden ihnen auch die Sünde gestatten sie sind ja nun einmal schwach und kraftlos und sie werden uns deswegen lieben wie Kinder wir werden ihnen sagen dass jede Sünde gesühnt sein kann wenn sie getan ist mit unserer Einwilligung alles das tun wir weil wir sie lieben und darum nehmen wir auch die Strafe für ihre Sünde auf uns sie aber werden uns vergöttern dafür dass wir für sie vor Gott ihre Sünde tragen und keinerlei Geheimnisse werden sie vor uns haben wir werden ihnen erlauben oder verbieten mit ihren Frauen zu leben oder mit ihren Geliebten Kinder zu haben oder nicht alles je nach ihrem Gehorsam und sie werden sich mit Freuden fügen die aller quälendsten Geheimnisse ihres Gewissens alles alles werden sie uns dar bringen und alles werden wir entscheiden und sie werden uns mit Freuden glauben deshalb weil wir sie so der quälenden Sorge entheben in Freiheit selber zu wählen und alle werden glücklich sein alle Millionen Geschöpfe bis auf die hunderttausend derer die sie leiten denn nur wir wir die das Geheimnis hüten nur wir werden unglücklich sein es wird tausende Millionen glücklicher Kinder geben und hunderttausend Dulder die auf sich genommen haben den Fluch der Erkenntnis des Guten und Bösen still werden die sterben still werden sie erlöschen in deinem Namen und im Grabe werden sie nichts als den Tod finden aber wir werden das Geheimnis wahren und zu der Menschenglück werden wir ihnen ewige Belohnung im Himmel verheißen wenn es aber auch wirklich irgendetwas auf jener Welt geben sollte so doch schon natürlich nicht für solche wie sie es sind man prophezeit du werdest wiederkommen und werdest den Stolzen und Mächtigen dann aber werden wir dem Volke offenbaren dass die deinen nur ihr eigenes Heil erstrebten wir aber allen Erlösung brachten man prophezeit auch die Schwachen werden sich aufs Neue erheben gegen die Buhlerin die auf dem Tiere sitzt und in ihren Händen das Geheimnis hält und sie werden ihr Purpur Gewand zerreißen und ihren ekeln Leib entblößen dann aber Kinder welche die Sünde nicht gekannt haben und wir die wir ihre Sünde auf uns nahmen zu ihrem Heile wir werden dann vor dich hintreten und wir werden dir sagen richte uns wenn du es kannst und wenn du es wagst wisse denn ich fürchte dich nicht wisse denn auch ich war in der Wüste auch ich nährte mich von Wurzeln und Heuschrecken auch ich segnete einst die Freiheit mit der du die Menschen zu beglücken wähntest auch ich bereitete mich vor in die Schar deiner Auserwählten zu treten in die Schar der Mächtigen und der Starken dürstend danach ihre Zahl zu mehren aber ich kam zur Besinnung und begehrte nicht dem Wahnsinn zu dienen ich wandte mich um und schloss mich denen an die deine Tat der Menschen Natur anpassen ich wandte mich ab von den Stolzen und kehrte zurück zu den Demütigen zu ihrer aller Heil und so wird das sein unser Reich wird kommen morgen noch wirst du sehen wie diese gehorsame Herde auf ein Wink von mir herbeistürzen wird Kohlen zu schaufeln für den Scheiterhaufen auf dem ich dich verbrennen werde weil du gekommen bist uns zu zerstören denn wer von unserer Hand als du morgen werde ich dich verbrennen Dixie Ivan hielt inne er war beim sprechen in Feuer geraten er hatte mit Begeisterung geredet als er aber geendet hatte lächelte er plötzlich Aljesha hatte ihm die ganze Zeit überschweigend zugehört gegen das Ende hin war er in außerordentlich Erregung geraten und er hatte oftmals versucht die Rede des Bruders zu unterbrechen sich aber sichtbar Gewalt angetan nun aber sprach er plötzlich und es war als habe er sich von seinem Platze losgerissen aber das ist ja eine Albernheit rief er und ward ganz rot dein Gedicht ist ja ein Lob Gesang auf Jesus keineswegs aber eine Gottes wie du das gewollt hattest und wer wird dir den Glauben schenken betreffs der Freiheit ist dem denn so muss man sie denn so erfassen ist das etwa der Freiheitsbegriff in unserem orthodoxen Glauben das ist Rom ja und auch nicht das ganze Rom das ist nicht wahr das sind nur die schlechtesten unter den Katholiken die Inquisitoren die Jesuiten Ja und es kann überhaupt keine so fantastische Persönlichkeit geben wie dein Inquisitor was sind denn das für Sünden die er auf sich nahm was sind denn das für Träger des Geheimnisses die irgendeinen Fluch auf sich nahmen zum Glück der Menschen Wann wurden sie denn erschaut wir kennen die Jesuiten von ihnen spricht man schlecht sie sind aber das was du von ihnen sprichst sie sind durchaus nicht das ganz und gar nicht das sie sind einfach das römische Herr für das zukünftige die ganze welt um spannende erdenreich mit dem Kaiser dem römischen Oberhirten an der Spitze das ist ihr ideal aber ohne alle Geheimnisse und ohne jeden erhabenen Kummer das allereinfachste Verlangen nach Macht nach schmutzigen Erdengütern nach Knechtung in der Art einer zukünftigen Leibeigenschaft unter der Bedingung dass sie die Gutsbesitzer sein werden das ist aber auch alles was sie wollen sie glauben vielleicht nicht einmal an Gott der leidender Inquisitor ist nichts als ein Hirngespinst halt ein halt ein rief lächelnd Ivan wie bist und Feuer geraten du sagst dass alles sei Fantasie nun gut freilich eine Fantasie erlaub indes eine Frage glaubst du wirklich dass diese ganze katholische Bewegung die letzten Jahrhunderte tatsächlich nichts weiter ist als nur ein einziges Machtverlangen einzig und allein um schmutziger Güterwillen lehrt dich das nicht etwa schon Vater Paisi nein nein im Gegenteil Vater Paisi hat sogar einmal schon etwas in deiner Art gesprochen aber natürlich ist das nicht das durchaus nicht das suchte sich plötzlich Aljesha zu rechtfertigen das ist in das gleichwohl ein wertvolles Zeugnis ungeachtet deines das ist durchaus nicht das ich frage dich nämlich gerade danach weshalb deine Jesuiten und Inquisitoren sich einzig und allein für hässliche materielle Güter vereinigt haben sollen weshalb kann sich denn unter ihnen kein einziger tatsächlich Leidtragender finden der gequält ist von erhabenem Kummer und die Menschheit lebt nimm doch einmal an dass ich wenn auch nur einer unter allen diesen gefunden habe die nur materielle und schmutzige Güter erstreben nur ein einziger solcher wie mein Greis der sich selber nährte von Wurzeln in der Wüste und raste und tobte indem er sein Leib besiegte um sich frei und vollkommen zu machen dabei aber gleichwohl sein ganzes Leben lang die Menschheit liebte und sittliche Genugtuung sei vollkommene Beherrschung des Willens zu erlangen und sich dann davon zu überzeugen dass die Millionen der übrigen Gottes Geschöpfe nur zum Hohne geschaffen bleiben dass sie niemals die Kraft haben werden mit ihrer Freiheit fertig zu werden dass aus erbärmlichen Aufrührern niemals Riesen erstehen werden um den Turm zu vollenden das nicht für solche Gänse der große Idealist von seiner Harmonie träumte als er das aber alles begriffen hatte da kehrte er um und schloss sich den klugen Leuten an hätte sich das wirklich nicht so zutragen können an wen hat er sich dann angeschlossen an was für kluge Leute rief Aljesha fast hitzig aus sie haben ja gar keinen solchen Verstand und gar keine solchen Geheimnisse und Symbole gar nichts anderes haben sie als Gottlosigkeit das ist auch ihr ganzes Geheimnis denn Inquisitor glaubt nicht an Gott und das ist auch sein ganzes Geheimnis sei es auch so endlich hast du es erraten und tatsächlich ist es so und tatsächlich besteht auch nur darin sein ganzes Geheimnis ist das aber kein Leiden wenn auch für einen solchen Menschen wie er ist der allen Lebensfreuden entsagte um der Wüste die Wahrheit zu suchen und doch sich nicht teilen konnte von seiner Liebe zur Menschheit am Ausgang seiner Tage kommt es ihm ja klar zum Bewusstsein dass lediglich die Ratschläge des großen furchtbaren Geistes die schwachen durch. Ist das aber kein Unglück? Und wenn sich auch nur ein einziger Seucher an der Spitze dieses ganzen Heeres fand, das nach Macht dürstet, um einzig und allein schmutzige Güter zu erreichen, ist es dann wirklich nicht genug eines Seuchen, damit eine Tragödie entstehe? Mehr noch, es genügt auch schon ein einziger Seucher, damit sich endlich eine wirklich führende Idee für die ganze römische Sache finde. Die höchste Idee dieser großen Sache mit allen ihren Armeen und Jesuiten. Ich sage dir offen ins Gesicht, dass ich fest daran glaube, dass dieser einzige Mensch niemals allein sein wird, unter denen, die an der Spitze der ganzen Bewegung stehen. Wer weiß, vielleicht haben sich auch unter den römischen Oberhirten diese einzigen gefunden. Wer weiß, vielleicht lebt jener verfluchte Greis, der so hartnäckig und so in seiner Art die Menschen liebte, auch jetzt noch in der Gestalt einer ganzen Herrscher vieler einzelner solcher Greise. Und das durchaus nicht zufällig, vielmehr wie im Einverständnis miteinander. Wie ein geheimer Bund, der längst schon geschlossen war zur Hütung des Geheimnisses, um es zu wahren vor den unglücklichen und schwachen Menschen, zu dem einen Zwecke, sie glücklich zu machen. Das ist unbedingt so, ja und das muss auch so sein. Mir ahnt es, dass sogar die Lehre der Freimaurer etwas in der Art eines solchen Geheimnisses zu ihrer Grundlage hat. Und dass gerade deshalb die Katholiken derart die Freimaurer hassen, weil sie in ihnen ihre Konkurrenten erblicken und somit eine Gefahr für die Einheit der Idee, der doch nur eine Herde sein soll und nur ein Hirte. Im Übrigen, wenn ich meinen Gedanken verteidige, so habe ich ganz den Anschein eines Autors, der vor deiner Kritik nicht bestand. Genug davon. Du bist vielleicht selber Freimaurer, einschlüpfte es plötzlich Aljesha. Du glaubst nicht an Gott, fügte er hinzu, diesmal aber schon ein außerordentlicher Betrübnis. Ihm schien es zudem noch, als ob der Bruder mit Hohen auf ihn blicke. Womit endet aber dein Gedicht, fragte er plötzlich, indem er zu Boden schaute. Oder ist es bereits zu Ende? Ich möchte es so enden lassen. Als der Inquisitor geendet hatte, wartete er eine Weile, dass sein Gefangener ihm antworten werde. Dessen Schweigen lastete auf ihm. Der Gefangener hatte ihn die ganze Zeit über angehört, durchdringend und still ihm gerade in die Augen schauend und offenbar ohne jedes Verlangen, irgendetwas zu entgegnen. Der Greis aber hätte gewünscht, er möchte ihm etwas sagen. Sei es auch etwas Bitteres, etwas Furchtbares. Er aber nähert sich plötzlich dem Greise und küsst ihn schweigend auf die blutlosen 90-jährigen Lippen. Das ist die ganze Antwort. Der Greis erzittert. Irgendetwas regt sich in seinen Mundwinkeln. Er geht zur Türe, öffnet sie und spricht zu ihm. Geh. Und komm nicht wieder. Komm überhaupt nicht mehr. Niemals. Niemals. Und er lässt ihn hinaus in die dunklen Gassen der Stadt. Der Gefangene geht. Sein Kuss aber brennt im Herzen des Greises. Und doch blieb der bei dem, was er gesagt hatte. Und du mit ihm auch? Auch du? Rief Aljesha kummervoll aus. Ivan lachte. Ja, aber das ist doch alles nur Unsinn, Aljesha. Das ist ja nur das ungereimte Gedicht eines einfältigen Studenten, der doch niemals zwei Verse schrieb. Warum nimmst du denn das gerade so ernst? Glaubst du nicht etwa schon, ich werde jetzt geradewegs dahin fahren zu den Jesuiten, um in Gemeinschaft der Leute zu sein, die seine Tat verbessern? Oh mein Gott, was habe ich damit zu schaffen? Ich habe dir ja gesagt, ich will nur bis dreißig Jahre mein Leben hinziehen, dann aber den Becher zu Boden. Aber die kleinen, klebrigen Blättchen und die teuren Gräber und der blaue Himmel und die geliebte Frau. Wie wirst du dann aber leben? Rief voll kummer Aljesha aus. Ist das denn möglich mit einer solchen Hölle in der Brust und im Kopf? Nein, du fährst gerade, um dich ihnen anzuschließen. Wenn aber nicht, dann wirst du dich selber töten. Du wirst es so nicht aushalten. Es gibt eine solche Kraft, Vermöge, deren man alles auszuhalten vermag, sprach Ivan schon mit kaltem Lächeln. Was für eine Kraft. Die Karamasowsche Kraft. Die Kraft der Karamasowschen Niedrigkeit. Das heißt, unterzugehen in Ausschweifung, die Seele zu erdrosseln in der Schande. So, so? Am Ende gar auch dies. Nur bis dreißig Jahre, vielleicht werde ich dem aber auch entgehen. Und es. Wie wirst du denn dem entrinnen? Wodurch wirst du denn dem entrinnen? Das ist ja ganz unmöglich bei deinen Gedanken. Wiederum auf Karamasowsche Art. Das heißt, dass alles erlaubt ist? Alles ist erlaubt. Ist es so? Ist es so? Ivan verzog die Stirn und es war unheimlich, wie er plötzlich erbleichte. Ah, da hast du das gestrige Wort aufgeschnappt, worüber sich Miusov so ereiferte. Wobei dein Bruder Dimitri so naiv auffuhr und es dann wiederholte, sprach er mit schiefem Lächeln. Ja, am Ende gar alles ist erlaubt. Wenn schon das Wort ausgesprochen ward, ich widerrufe nicht. Ja, und auch die Redaktion Mietkars ist nicht übel. Aljesha blickte schweigend auf ihn. Ich, Bruder, dachte mir, dass wenn ich jetzt abreise, ich auf der ganzen Welt wenigstens dich habe, sprach plötzlich in unerwartetem Gefühlsausbruch Ivan. Jetzt aber sehe ich, dass in deinem Herzen kein Platz für mich ist, mein lieber Einsiedler. Von der Formel, alles ist erlaubt, sage ich mich ja nicht los. Nun und so, wie denn? Deswegen wirst du dich von mir los sagen. Ist es so? Aljesha stand auf, ging zu ihm hin und küsste ihn schweigend und leise auf die Lippen. Das ist literarischer Diebstahl, rief Ivan, der plötzlich zu einer Art von Begeisterung überging. Das hast du aus meinem Gedicht gestohlen. Gleichwohl danke ich dir. Steh auf, Aljesha, gehen wir. Es ist Zeit für mich und auch für dich. Sie verließen das Wirtshaus, blieben aber bei der Eingangstür stehen. Weißt du, Aljesha, sprach Ivan mit fester Stimme, wenn es mich tatsächlich zu den klebrigen Blättchen hinziehen wird, so werde ich sie nur in der Erinnerung an dich lieben. Es genügt mir, dass du dort irgendwo bist. Und ich habe noch nicht die Lust am Leben verloren. Ist dir das genug? Wenn du willst, nimm das an, wenn auch nur als eine Liebeserklärung. Jetzt aber, du nach rechts, ich nach links und genug davon. Hörst du? Genug. Das heißt, wenn ich morgen auch nicht abgereist bin. Es scheint, ich werde bestimmt reisen. Und wir noch einmal irgendwie einander begegnen. So sprich du schon über alle diese Themata mit mir kein Wort mehr. Ich bitte dich dringend darum. Und auch was den Bruder Dimitrian betrifft. Ich bitte dich darum, im ganz Besonderen, so sprich niemals mehr mit mir über ihn. Fügt er plötzlich in gereiztem Tone hinzu. Alles ist dir erschöpft. Alles zu Ende gesprochen, ist das nicht so? Ich aber werde dir meinerseits dafür ebenfalls ein Versprechen geben. Wenn es mich gegen 30 Jahre danach verlangen wird, den Becher zu Boden zu werfen, so werde ich, wo du auch sein wirst, zu dir kommen, um noch einmal mit dir zu sprechen. Sei es sogar selbst aus Amerika. Das wisse du. Ich werde dann zu diesem einzigen Zwecke kommen. Sehr interessant wird es mir dann noch sein, auf dich zu schauen. Was du dann für einer sein wirst. Siehst du, das ist ein ziemlich feierliches Versprechen. Aber tatsächlich nehmen wir ja vielleicht auf sieben, ja auf zehn Jahre Abschied. So gehe du denn jetzt zu deinem Pater Sirafikus, er liegt ja im Sterben. Wenn er ohne dich sterben wird, so wirst du am Ende noch gar auf mich böse sein, dass ich dich aufhielt. Auf Wiedersehen. Küsse mich noch einmal. So und nun gehe denn deines Weges. Ivan kehrte sich plötzlich ab und ging davon, ohne sich umzuwenden. Das erinnerte daran, wie gestern Dimitri von Aljesha weggegangen war, wenn das auch unter ganz anderen Umständen geschah. Diese seltsame Betrachtung zuckte plötzlich wie ein Blitz in den betrübten Geist Aljeshas auf, der in diesem Augenblicke niedergedrückt und voll Kummer war. Er blieb ein wenig stehen und sah seinem Bruder nach. Dabei bemerkte er plötzlich, dass Bruder Ivan einen eigentümlich schaukelnden Gang habe, das von hinten gesehen seine rechte Schulter niedriger zu sein schien als die linke. Aber auch Aljesha kehrte sich plötzlich um und lief förmlich zum Kloster hin. Es dämmerte bereits, merklich, und es war ihm fast unheimlich zumute. Irgendetwas wuchs in ihm auf, auf das er keine Antwort hätte geben können. Wiederum wie gestern erhob sich ein Wind und die uralten Fichten rauschten gar schaurig um ihn, als er das Wäldchen der Einsiedelei betrat. Er lief fast. Pater Seraphicus. Diese Bezeichnung hat er irgendwoher genommen. Woher? So kam es dem Aljesha in den Sinn. Ivan, armer Ivan, wann werde ich dich jetzt wiedersehen? Da ist auch die Einsiedelei, Gott sei Dank. Ja, ja, das ist er, das ist Pater Seraphicus. Er wird mich retten. Mein Heil kommt von ihm und auf ewig. Späterhin in seinem Leben entsann sich Aljesha noch mehrmals an all dieses. Und er konnte dann durchaus nicht begreifen, wie er plötzlich, nachdem er sich von Ivan verabschiedet hatte, so völlig seines Bruders Dimitri hatte vergessen können, während er doch noch in der Früh nur wenige Stunden vor dem beschlossen hatte, ihn unbedingt aufzusuchen und nicht eher zurückzukehren und wenn er sogar deswegen die ganze Nacht außerhalb des Klosters zubringen müsse.